Hallo, willkommen bei TheRoseRosey, hier ist die Jen Und willkommen bei unserem 1000 Abonnenten Spezial Ja, wir haben uns gedacht, wir müssen diese Woche mal eine Aktion machen Wir wollen 1000 Subscriber, 1000 Abonnenten Wir haben es ja auch fast geschafft, ich glaube momentan haben wir 950 ungefähr Das heißt, es fehlen uns nur 50 Stück 50 Stücke, um die 1000 zu erreichen Also, okay, es ist auch nur eine Zahl, aber trotzdem ist es eine tolle Zahl Und wir sind ja schon auf einem guten Wege und wir wollen sie einfach jetzt knacken Und dachten, okay, jetzt machen wir da mal eine Aktion für Ja, ich habe leider nicht so tolle Ideen, wie Cassandra in ihrem Video das ja gezeigt hat Also das war natürlich ein sehr süßes Video Ähm, ich habe nicht so viele tolle Ideen Aber ich dachte mir, vielleicht habt ihr ja tolle Ideen Also, meine Aktion, meine Aufgabe ist es, bzw. eure Aufgabe ist es Ähm, schreibt mir eure Ideen Was soll ich machen? Ja, und zwar ist das nämlich so, das wird auch wieder eine kleine Verlosung Wir haben nämlich hier solche tollen Buttons Cassandra hat sie ja schon mal einmal gezeigt Cassandra hat sie nämlich auch gemacht, hier Nosy-Rosy-Button Ich weiß nicht, jetzt kann ich... Ne, das... Ja, ne? Nosy-Rosy-Button Die sind echt cool Und ihr könnt die quasi gewinnen Und um sie zu kriegen Also ich verdose fünf Stück Ja Ähm, müsst ihr nur Folgendes tun Ihr müsst hier unter meinem Video einen Kommentar schreiben Und zwar, ähm, müsst ihr, möchte ich halt, dass ihr mir schreibt Was soll ich machen? Ihr sollt mir eine kleine Aufgabe stellen Irgendwas Lustiges Hüpft auf einem Bein um den Tisch oder sowas Oder zieh mal was anderes an Außer ein schwarzes T-Shirt oder... Äh, egal Lasst euch was einfallen Ähm, bitte schreibt nicht renn nackt ab der Straße oder so Das fände ich jetzt nicht so lustig Also schreibt bitte Sachen, die ich machen kann Und, ähm, wir werden mal sehen Fünf können einen Button gewinnen Ich weiß auch nicht, ob ich das, ähm, per Two-Files-Generator mache Nicht, dass da nachher wirklich was rauskommt Wie zum Beispiel tanzen nackt auf der Straße Oder ob ich dann auch einfach das Lustigste auswähle Oder so, mal schauen Oder vielleicht, ähm, man kann ja auch bei jedem Kommentar Mal auch nochmal so einen Daumen hoch geben Vielleicht der Kommentar mit den meisten Daumen hoch von euch Der könnt ihr auch selbst bestimmen, welchen Vorschlag ihr am lustigsten findet Auf jeden Fall kriegen fünf einen Button Ähm, ja, achso Vielleicht können wir das ja auch so machen Wenn euch nichts einfällt, was ich machen soll Schreibt einfach irgendwas Schreibt, genau, hier Was denkt ihr überhaupt darüber, dass ich mir gerade die Haare wachsen lasse? Vielleicht ist es euch schon aufgefallen Ähm, meine Haare werden immer länger Ich war schon leider nicht mehr Frisür, weil ich lasse mir die gerade wachsen Was denkt ihr eigentlich darüber? Scheiße aus? Oder okay? Oder momentan scheiße? Und könnte noch gut werden? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Aber das Gute ist ja, abschneiden geht ja immer, ne? Aber jetzt schreibt bloß nicht Und lasst ihr die Haare ab? Dann gibt es Ärger Das ist sau viel Arbeit, das sag ich euch Ja Okay, ähm Achso, und natürlich Können nur die Teilnehmer, die auch Abonnent von uns sind, ne? Das muss hier auch ein Anreiz sein Also Alle Abonnenten, die etwas unter das Video schreiben Und die entweder schreiben, was ich machen soll Und die entweder schreiben Was die über meine Haare denken Die nehmen teil Und können einen Button gewinnen, ne? Natürlich muss euch wieder klar sein Ihr müsst mir dann, wenn ich dann bekannt gebe Wer das kriegt Eure Adressen zuschicken Ja Ähm Das war's auch schon Ein sehr kurzes Video von mir Ähm Also Nochmal Abonniert uns Ich meine, okay Die meisten, die uns zuschauen Die haben uns ja schon abonniert Aber zum Beispiel ja vielleicht auch mal Ein kleines Wort an Ähm Die Leute, die zum Beispiel Über Facebook zugucken Abonnieren Ja, das ist ganz einfach Man muss sich einfach Auf YouTube registrieren Das kostet nix Und ähm Dann kann man da oben Auf den Abonnieren Woa Ich weiß, der Button ist schon weg Ach, leider Ja Auf den Abonnieren-Button Klicken Und uns damit abonnieren Und abonnieren bedeutet Dass man, wenn man auf die YouTube-Startseite geht Gleich sieht Wenn es ein neues Video gibt Oder man möchte Kann man das auch per E-Mail bekommen Also Nie wieder ein neues Video verpassen Das wäre doch was, oder? Okay, also Vielleicht abonnieren Wir wollen die 1000 Und ähm Einfach Immer auf dem aktuellen Stand sein Yeah Okay Also dann Ähm Ich wünsche euch mal wieder Eine schöne Woche Ich bin gespannt Was die anderen Mädels Noch so Diese Woche Für Aktionen bringen Und ähm Ja Bis denn Tschüsschen So Bringt ein Ach die Buttons Die Buttons Die Buttons Die Buttons Ah Absieg Wuhu So Versteuere ich jetzt Fünf 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 Oder Drei Wäntel So Rein Puh Die Kamera ist eigentlich fertig Kreise Jetzt hab ich sie da bestellt Und